Herzlich Willkommen! Wir stehen auf dem Weihnachtspark, der läuft wieder ohne Beschränkung in diesem Jahr und auch wir Kapuziner mit unserem Team in die Frauen laden Sie ganz herzlich ein ohne Beschränkung zu unseren Adventsgottesdiensten, zu den Orategottesdiensten im Kerzenlicht und besonders laden wir Sie ein in diesem Jahr wieder unbeschränkt zum Adventsliedersingen an jedem Abend ab dem 26. November. Um 19.30 Uhr beginnt jeweils das Adventsliedersingen mit verschiedenen Chören, Instrumentalisten und Sie sind herzlich willkommen eine halbe Stunde Adventsatmosphäre zu erfahren und sich innerlich einzustellen auf das kommende Weihnachtsfest. Wenn Sie etwas Besinnung suchen, abseits des Weihnachtsmarktes, kommen Sie in den Innenhof der Liebfrauenkirche. Hier brennen täglich gut 1000 Herzen, Menschen aller Nationen und auch vieler Glaubensrichtungen kommen, um zu beten, sich zu besinnen und still zu werden in dieser besonderen Zeit. Vielleicht auch ein guter Ort, eine gute Einladung für Sie. Glockenläuten 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 Und über Stadt und über Land, die johle Brotstadt blieb. Das Jesus Christus wird geboren, erlöser unser Gott. Du, Stern, o Brüder, bitte nimm und lass dein Jedes Lied. Ich werde auf jedes Haus und rein, mit Fried und Zuversicht. Ich jede Stube erziehe, nein, seh'n zu dein sanften Stahl. Ich strahl' aus Gottes Lebenslicht in dieser dunklen Zeit. Jesus Christus wird geboren, erlöser unser Gott.